Hey Internet und wieder zurück bei Red Ezio, Red Ezio, ich muss auf den Boden schauen, denn dort ist etwas ganz interessantes. Ezio, was ist? What? Bist du bekloppt? Ezio? Okay. Er ist eine Bombe. Was bedeutet das Zeilen? Ich muss hier rüber. Genau hierher. Das war genau wie ich das... So, wie... Oh Mann. Okay, also gut. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Also, jetzt Opa! Das war genau... Also, besser konnte man es nicht planen. Wunderbar. Perfekt. Mal waschen. Was zur Hölle? Was war das? Ich weiß es nicht mehr, was das ist. Aber es ist mir jetzt... Nein, es interessiert mich. Ah, das ist doch so ein... Depp, ne? Den ich killen muss wegen dem Einfluss, richtig? Hat sich doch nichts geändert hier. Komm, auf. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nicht du! Ah, shit. Komm, Ezio. Komm, komm, mein Freund. Was ist denn los? Was auch immer ich jetzt getan habe. Minus 50. Ah, ja, doch. Was zum Teufel? Ich gebe Försengeld. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Lasst mich mal schnell durchhören. Vorsicht, scusi. Sorry. Ich hoffe, du hast dein Unterhöschen angehabt. Das sah mir nicht danach aus. Der Wahnsinn lauert überall. Absolut. Ein lotter Verrückter hier in diesem Spiel, was? Hopp. Sehr unterhaltsam. Dankeschön. Gib mir einen Daumen hoch dafür. Okay, also. Keine Ahnung, wie du das machst. Weil du... Was? Was gibt's mit dir? Bomben? Dann kannst du dich gleich wieder verdünnisieren. Was? Ja, du hast nicht das, was ich will. Ezio, komm. Sei doch mal ein bisschen hier... Nicht so vorsichtig. Was ist denn da hinten wieder für ein Rufzeichen? Was ist? Gefällt er dir? Hier. Ganz nahe kannst du ihn ansehen. Gerade noch geschafft. Komm, Ezio. Wo bin ich? Ah, verdammt, Ezio. Mach doch kein Quatsch hier. Na also. Wer geht's? Schlecht. Moment. Hier leuchtet was. Hier leuchtet was. I'll take it. Super. Einer von 100 haben wir schon. Daher kann sich jeder nur noch... ...um stundenhandeln. Der Mensch, das ist nun wieder geheim. Ja, was auch immer. Lass los, Ezio. Lass los. Lass doch einfach los. Lass mich mal kurz hier einen Blick auf die Karte werfen. Zack, zack, zack. Because, äh... Das ist das Roma-Hauptquartierzeichen. Erinnerungsanfang. Oh Mann. Roma. Roma. Willkommen. Du, schöne Frau. Bringen mir den Bauch. Ich sag fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheiß woanders, Efendin. Die Byzantiner steilen uns einen halben Jahresverdienst. Mir ist Piazche. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret. Wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Fluch der Roma. Bam, 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 bam. Vergiften sie alle. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Okay. Easy. Easy. Bin ich dann automatisch jetzt schon auf vergiften? Wie sehen wir das exakt? Wunderbar. So, äh. Ja, Party. Yeah, yeah. Hey, Handstand. Da wissen wir. Das ist ja auch un-believable. So, I go to the Bluepoint. Oh, nee. Die neuen Kistengänger. Der neue Anführer der Bewahrer. Mit ihrem Adlerziner. Und der war hier. Das war hier. Die neuen Kistengen. 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 Das ist ja eigentlich The Human Air Force. Ja, das ist ja eigentlich der Neuerkund. Oh, komm, 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 komm. Zeig mir das neue Schwert. Da, bitte, bitte. Los, 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 los. Ich drücke irgendwas. Gut, jetzt steckt das wieder ein. Nicht gut. Au, das war der falsche Knopf. Ablenkungsmanöver. Oh, wo ist meine Gesundheit? Stopp! Stopp! Lenke Ding, Bums. Ah, hab schon. Hab schon. Ich immer drücke ich diesen Shitknopf. Und jetzt habe ich auch noch den falschen Shitknopf. Was war das? Was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Jetzt hier ein Doktor entschwert. Warum habe ich denn das gekauft? Warte, 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 warte. Kommt dann für den Arsch bei ihm, oder? Ja, drücke A. Jetzt, endlich. Die gäbe es mir aber ganz schön, muss ich sagen. Bist du mit Klopp da drin? Wie kann ich denn? Wie kann ich denn? Komm du da hin. Du da drinnen. Guck mal. Guck. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Weißt du, wie man schießt? So. War das denn vergift oder fein? Okay, find Spaß. Okay, wir machen meinen Arschessin ganz kaputt. Ja, nicht in die falsche Richtung. So, genau, so, genau, so. So, warte, ich bin schon... Oh, Verzeihung, Verzeihung. So, so. Oh, Mist. Noch einer. Gut, gut. Autsch. So, jetzt ist aber gut hier, oder? Okay. Hier war ein Massenstirmen. Ah, die wehrlosen Bauben, wie? Exakt so ist es. Ach, komm, ich brauche noch ein bisschen Medizin. Ein wahrer Diener Satans, bei der Arbeit. Hahaha, absolut. Der Volk, das wird euch ewige Verdammnis einbringen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe mein Ziel vollkommen verplant und verfehlt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alle getötet. Ich werde ohnmächtig. Hier ist doch der Hauptdieb. Hauptdieb. Also. Meine Aufgabe ist folgende. Überhaupt. Die habe ich schon wieder vergessen. zwischen den Römer untertauchen. Sorry, wird nicht passieren. La, la, la. Ah, wie geht's? Gut? Geht's gut? Bist du schlecht? Oh. Oh. Die Bohnensuppe war nicht gut. Das haben bestimmt die Mammlucken. Die werden uns noch alle holen. Oh mein Gott, der ist vollkommen betrunken. Mann, hört das Morden endlich auf. Das ist ja total irre. Tremlich gut bewaffnet, nicht wahr? Hallo? Möchtest du? Du hast ein Problem. Gut. Dann werden wir das jetzt gleich lösen. Oh weia. Ich muss gehen. Schnell. Ah. Ich mache euch. Ich töte alle. Ich töte alle. Ist mir völlig wurscht. Oh, kommt mal her. Kommt mal her. Es ist besser, ich verschwinde hier. Absolut. Das danke dir. Mein Freund. Wir sind die Einzigen. War doch jemand hier? Oh, du. Sorry, dass ich dich hier gesehen habe. Okay. Sperr-Kippie. Ätzion oder Uzi? Armzugang im Sperrbezirk. Skandal um... Skandal um Mezio. Was ist jetzt? Habe ich eine Line gezogen? Okay. Bleibt stehen. Okay. Ich bin stehen geblieben. Du hast daneben, du bist selber schuld. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Ich kenne dich, Mann. Dankeschön. Sehr nett für dich. Das sieht mich nicht. Templer kontrolliert im Dreck. Ätzion hat hier die Kontrolle, wie man... Nichts sieht, aber... Au. Oh, no. Äh, no. Einverstanden. Gut. Dann gehen wir und tauchen runter. Die ganzen Kämpfe waren umsonst. Das macht nichts. Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.